Ja, was ein fantastischer Run und wir sehen hier ein Hut, ein bisschen näher. Ja, hallo. Heute habe ich das hier, das ist mein größter Achievement überall. Ich bin sehr froh darüber, diesen Turm der Hüter. Ja, der sieht auch schön aus, vor allem schön hoch. Mein Coldplay. Ich bin ein Hatspan. Ich mag es. Was war dein heutiges Highlight? Mein heutiges Highlight war diese Fische. Das ist der größte Fehler in meinem Leben. Entschuldigung Leute. Ähm, ich würde sagen, dass dieser Run da war ein Highlight. Also natürlich, ja, ich habe den Incentive gesehen. Ich habe gesehen, wie viele es gemacht hat. Und ich habe gesagt, ähm, blieb drauf. Also, ja, äh, ich habe das gespielt auf die härtesten Schwierigkeitsgrade überall. Härter als die Schwierigkeit von den Arcades. Und für irgendeinen Grund hat alles gut gehabt. Also, ja. Ja, freut mich. Ja, es freut mich auch. Diese Hütte ist gesponsert bei Elgato. Richtig. Was auch tatsächlich unser Sponsor ist. Elgato, sehr, sehr gute Überleitung. Gefällt mir. Ja, ja. Ich habe es heute nur mit guten Überleitungen zu tun. Das freut mich irgendwie echt. Und ich sehe auch gerade, wir haben eine Spende reinbekommen. Und zwar 100 Euro von Malsula. Vanilleeis für alle. Ein fettes, fettes Dankeschön für diese 100 Euro Donation. Ich denke nur an den Rapper. Ja, was wirst du jetzt heute noch so machen hier? Ähm, ich würde schlafen. Wie gesagt, während der letzten Stage bin ich Vater geworden. Er ist sehr niedlich. Er ist ein Jahr alt. Und ja, wegen meinem Sohn schlafe ich nicht. Also, ich würde schlafen. So viel schlafen. Ja. Ich kenne es leider nicht, aber ich höre gerade aus der Technik. Man kennt es. Ja, ja, ich auch kennt es. Meine Augen. Also, ich sehe hier kein Bild. Ich bin ein Geist. Wir sind Geister. Wir sind Buhus. Ich brauche Cosplay. Ich kann nicht mehr ein Hatchdance sein. Ich habe verloren. Ich kann dir gerne mein Fell geben, wenn du möchtest. Ja, aber das hat nicht gut geendet, Princess Mononoke. Und du hast es... Du machst es gut. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, tatsächlich habe ich mal meine Maske und das andere Fell jemand anderes übergeben, weil... Oh, das ist kein Pokémon. Es ist eine Katze. Ich denke, es war ein Pokémon. Nein, das ist kein Pokémon. Das Pokémon ist... Ich bin alt. Wo ist der Elefant? Für mich Pokémon stoppt. Hier. Hier. Hier haben wir ein Pokémon. Was ist das? Warum ist das ein Pokémon und nicht das? Also, äh, hast du Fragen? Ähm, ich bin gerade am überlegen. Habe ich noch irgendwelche Fragen? Das Problem ist halt, ich freestyle hier gerade nur, weil ich gerade eben beim Essen war. Ja. Ich war auch überrascht, dass ich den Host möchte und es war blöd. Also, wählen den Rand. Natürlich nicht hier. Ja, aber... Wer ist diese wunderbare Stimme in meinem Kopf? Möchtest du, dass Blue hier sitzt? Nein, 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 nein. Aber ja, das... Ich mag diese, äh, ja. Ja. Was auch haben wir? Ist das so ein Pokémon? Ähm... Ich... Nein. Das ist kein Pokémon. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist Trevi Talks bereit? Ne, tatsächlich noch nicht. Ähm... Hast du ansonsten noch irgendwelche Fragen? Also, ich werde diese Frage antworten. Nein, Siv. Ich bin kein Belgier. Und ich... Ich bin auch kein Niederlander. Ich... Ich... Ich weiß nicht, warum jeder denkt, dass ich Niederlander bin. Ist es wegen der Hütte? Und Glocks? Wer weiß? Ich finde diesen Kommentar gerade im Chat lustig. Habe ich das richtig verstanden? Moderatoren heute ein harmlose Pokémon für ihr Cosplay? Nein. Hier ist kein Pokémon zu Schaden gekommen. Ähm... Wir werden das Ende... Oh, kann man, kann man, kann man, kann man... Oh, wird das halten? Wird das halten? Es hält! Okay. Das ist ein Highlight dieses Tags. Das ist definitiv ein Highlight. Das ist besser als aller meiner Gaming Achievements. Ähm... Das ist ein tiefes Füßleben. Ich kann nichts besseren im Leben. Entschuldigung, Leute. Ja. Aber ich sehe gerade... Die Tag ist ready. Fantastisch. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, cool. Dann... Würde ich sagen... Wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem nächsten Run. Bye!